hallo leute willkommen zu unserem ersten video heute sind wir nach incidi gefahren so ungefähr 30 minuten mit auto und wir haben philippinische und auch als chatte sie essen gekauft und ich zeige euch was wir geholt haben erste wir haben diese bisschen Nudeln geholt und diese gekostet 1,99 Euro und ich möchte auch sagen falls du diese Nudeln nicht zu Hause kannst du gerne diese normale Spaghetti Nudeln auch benutzen und schmeckt auch ganz gut und nächstes haben wir Reis gekauft diese ist ich denke 10 Kilo und hat es denke 90 Euro gekostet meine Mann meinte diese ist teuer als in normalen Supermarkt in Deutschland aber diese reicht nicht auch ganz gut dann habe ich auch geholt ein Kleebreis diese hat 2 Euro Pumpe und jetzt gekostet und ja ich mache vielleicht Biko oder oder was noch einmal machen mit dieser ich habe schon vergessen Biko oder und habe ich auch geholt diese Mungo Mung Beans und diese hat 1 Euro 49 gekostet und ja ich esse gerne diese und auch mein Mann ist auch gerne und auch unser Sohn dann habe ich diese Kokosmilch geholt ich habe vergessen wie viel hat diese gekostet ich habe die große Packung mitgenommen dann bin falls es noch da bleibt ich friere gern dann kann ich für die nächste Rezepte auch benutzen und so so und auch wir haben diese Sojasauce Philippinische Sojasauce geholt und diese hat 2 Euro 69 gekostet und wir haben drei Stück wir haben 1, 2, 3 Stück davon geholt weil wir auch nicht immer dort fahren und so vielleicht wir fahren dort alle 2 Monate und so dann wir haben genug Sojasauce zu Hause dann mein Mann hat diese gesucht und sie hat gekostet 2 Euro 99 das ist auch ein Sojasauce aber ich denke mehr als mit Süßgeschmack und so und ja sie hat 2 Euro 99 gekostet wir haben nur 1 Euro 99 das ist auch ein Sojasauce und wir haben diese Chili Chili Sweet Chili Sauce gekostet und sie hat 3 Euro 29 gekostet und diese schmeckt ganz gut und so mit Lumpia oder mit gebratenen gebackenen Hähnchen oder so gebratenen Hähnchen auch oder andere Fleisch auch schmeckt ganz gut deswegen hole ich immer holen wir immer diese und und Nächste wir haben diese Black Bean Garlic Sauce geholt diese hat 2 Euro 99 gekostet und ja wir haben gesucht diese normale Black Beans was kann man auch in Philippinen kaufen kann aber aber können kaufen 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 ja kaufen kann und leider haben wir nicht gefunden und diese die Verkäuferin meinte dass wir können auch diese benutzen ich möchte gern Humba kuchen und in unserer Inlete gucken wir auch diese Humba mit Black Bean aber ja ich bin dann ich tiste mal diese und dann haben mein Mann ist gerne Fruchtsalat deswegen habe ich auch Zutaten für Fruchtsalat geholt habe hier Kondensmerk oder Süß ja wie heißt man das die Kondensmerk oh ich habe nie das ist falsch nie ich dachte diese zuß mirch aber nie das ist normal evaporated noch evaporated noch evaporated noch diese habe ich aber kann man auch immer benutzen diese die Karnation Kondensmerk hat 1,99 Euro gekostet mal mal schauen dann dazu haben wir vor der fruchtsalat mein Mann ist diese gerne deswegen haben wir diese geholt und diese hat 2,79 Euro gekostet und ja und wir haben ein Nata die Kuckuck diese hat 1,99 Euro gekostet ich möchte mit verschiedenen Farben holen aber leider gibt keine deswegen haben wir nur das geholt und und jetzt jetzt zeige ich mein Mann hat auch diese gesucht er hat diese sugarcane vinegar diese sugarcane vinegar und coconut coconut vinegar weil sie mochte diese er mochte eine eine scharfe ich ich kann man pinakorat machen und deswegen haben diese sugarcane vinegar hat 1,39 Euro gekostet und die andere hat 1,75 Euro gekostet nächste habe ich auch diese black beans in salted water geholt und ja nicht so teuer 85 cent cent dann 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 kommt zu der gemüse habe ich nur diese sitau und bis diese heiße baton und ich weiß nicht leider wie viel hat sie gekostet weil wir haben leider die quittung verloren aber ich denke 2 Euro ungefähr kostet und dann habe ich diese Ampelaya auch geholt ich weiß nicht wie viel hat gekostet aber ich denke nicht unten 1 Euro oder so vielleicht 1 Euro und ich habe viele Banane gekauft ich denke diese ganze Banane fast 3 Kilo und ich weiß leider nicht wie viel sie gekostet hat weil wir haben die Quittung verloren aber ich denke pro 2 Euro ungefähr und dann habe ich diese Lemongrass geholt oder Tanglad ich weiß auch nicht wie viel hat gekostet aber diese gibt auch in K&K oder Edeka kannst auch kaufen und mein Mann hat auch diese schaffe wie man Chili gekauft und er braucht diese deswegen hat er auch diese gekostet und ich denke ja diese hat gekostet 1 Euro diese hat 1 Euro gekostet und dazu haben wir auch Fisch gekauft und zeigen wir in einem Bild oder so und wir haben nur Macherl Dorado und Garnelen gekauft weil wir haben kein andere gefunden gefunden auch gibt auch aber für mich ich kenne die andere Sachen in die andere Fische ich kenne nicht deswegen haben wir nur das geholt und ich habe auch diese Schuppe zwei Stock gekauft und mit Rindfleisch Geschmack und ich weiß leider wie viel diese gekostet hat weil wie gesagt die Quitton habe ich verloren und dann habe ich auch diese Biko gekauft ich probiere mal ob das schmeckt und habe ich auch ein Mango gekauft mit Sojasauce und Mango geht immer und ich auch gerne diese auf den Philippinen deswegen habe ich diese geholt und wie gesagt weiß ich auch nicht wie viel sie gekostet hat und ja fertig mit habe und das ist das das